Fiesches Saisonauftakt hier. Trihydroglorid. Mit Epoxid, oder was? Ein schönes Moped hast du. Naja, bin ich heute hier hochgefahren. Im zweiten, oder was? Ja, im dritten. 14 Paus am Vorderrad, oder was? Getrennschmierverdichtung. Die Dreitakter. Ansaugen, Bier verdampfen und dann Sünden. Kaffee macht der Urner nebenbei. Der Rüstungsprofi-Moped. Hast du schon irgendwas für Geschenke? Für die Alte. Du kriegst schon wieder heftig was drin aus der Schrottkiste zusammen mit Megmak, oder was? Das ist ja besser als nichts. Das ist eine vierte Stunde Wunderkerzen. Hier waren ein paar Speck drin. Bei uns wieder Standard. Ganz verbrennend, ganz kontrolliert. In den Ofen hier bei 200 Grad. Schön, weichgekocht. Meine Alte will es treuisch. Jaja, da haben wir hier. 7 Meter und 5 Späß. Schau dir mal den an. Der ist aber auch von gestern. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich helfe den mal. Mensch, wo ist die Scheiße? Wo kommt die Tür? Trieben. Weit. Bei Rentier haben sie gekasselt. Überfahren oder was? Weg. Halt mal. Mach mal. Komm. 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 Ja, Oberbremse und Schalten. Ey, jetzt war's ja. Können wir. Komm. Jetzt denkst du nicht wahr. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Ja, da ist es. Freise, da hat mein Wörbens geklaut. Komm. 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 Das hat Anlauffarben gekriegt. Ich könnte kötzen! Scheiße! Gepriesen sei das Moped! Gepriesen sei! Auf ewig wirst du fahren! Gepriesen sei der Weihnachtsmann! Heilige Jesus Christus mach ich auch in Ewigkeit! Ich will so damit! Ihr zweetag gerne frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Treibt es nicht so bunt. Genau und denkt dran, wenn ihr Weihnachten mit den Eiern spielt, habt ihr Ostern neue Kinder.